Seid mal leise. Und Bufo Blu-Ray. Okay, nicht da. Fläppchen, auch da. Hi. Moin. Dann Secret. Bufo. Genau. Ja, Bufo Frey, auch noch da. Hallo. Ja, Bufo Snowy. Jo. Genau, Bufo Royal Flush. Seid. Genau, Bufo Blame. Hi. Theory. Und Gamer. Hallo. Wunderbar, dann sind wir ja. Tutti Kompletti und wir spielen wie jeden Sonntag auf unserem Train. Und ja, ich möchte jetzt nicht irgendwie groß Thema bestimmen. Ich lasse es einfach mal so, wie es ist. Und wir spielen einfach mal so. So. Ich tippe nicht, dass das hier was Ordentliches mit... Nein. Oh, Bufo Blame. Ich laufe da noch mehr Durchschüsse durch. Leute müssen die Flamen und die Spacken. Ja, klar. Ja, ich werde angeschlägen, dass das was uns ausmacht. Das ist ein Problem. Da irgendwas müssen wir ja gern. Ja, genau. Ja, ist so. Oh, das wird lustig. Das wird ne heftige Sache hier. Halt halt Blame, du bläufst durch alle meine Schüsse durch, du Spacken. Spann wieder. Das nächste Tor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nice. Oh, oh. Stopp, stopp. So, probieren wir mal probieren, was so geht. Mann. Oh, wo du wahrscheinlich dann eher nicht geht. Wah, Hilfe. Meine Schwester schreit warm. Oh mein Gott, das war jetzt nicht nett. Gerne geschehen. Hey Botaner, gib mir mal blaue Sachen. Ja, dann tötet ihr es den. Gib mir mal blaue Sachen. Gib mir mal blaue Sachen. Mach mich mal blau. Genau. Oh ja, das brauchen wir nicht. Ich mache das schon alleine. Versuchstürt. Blatt geht ab. Jo. Mann, Frank. Ja. Ich raste dich aus. Ah, wer läuft da mit einem Pixel rum? Ich bin gut. Bin ich dabei. Das bist du mir jetzt, oder? Nein, das bist du nicht, oder? Ich habe voll lange nicht mehr SCBF2 gespielt. Egal wie oft ich IronX installiere, es steht immer wieder das gleiche, dass ich es aktualisieren muss. Ja, dann aktualisierst du auch um Installieren. Ich habe es schon oftmal installiert. Es geht nicht um Installieren, du kannst es auch aktualisieren. Es gibt nicht nur DirectX 90C oder so, sondern es gibt auch noch solche, irgendwelche so Mini-Updates. Ja, das ist mir auch klar, ich weiß. Aber ich habe jetzt schon dreimal gemacht, was da stand und irgendwie, ja. Könntest du dein PC neu formatieren, das wirkt Wunder. Ja, mach das einfach mal, ja. Einfach mal auf Formatieren drücken, mal gucken, was passiert. Gönne ich mir, ja, wenn ich mir. Ich bin richtig, ich wäre scheiß um, oder? Auf seiner Tasche. Ich bin so unglaublich. Nee, es funktioniert. Nein, es funktioniert doch nicht. Ey, was denn jetzt? Ich habe mir jetzt einfach einen Crack aus dem Internet, jetzt regt mich drauf. Loin, was war das? Pack die Bagnade aus. Kack die Bagnade aus. Soll, André, jetzt ver-kack-eiern. Ver-kack-eiern. Nein, glaube ich, auf den ganzen Server, das ist irgendwie echt traurig. Dass mir Sid wieder von Dick wohnst. Mhm, dass er traurig ist. Und sich schlecht auch. Ja, okay. Schön. Ich glaube, wir haben das bitte her. Von hinten, nice one. Ach, ist das scheiße. Von wo sonst? Ja. Ja, ist doch alle nur von hinten hier. Ja, das ist so unser. Was soll man erwarten. Ja, genau, so unser, die wo und von hinten. Ach, Mist, den hätte ich schon bekommen, mein Gott. So, da. Welcher andere, wie? Der weiß schon, die andere. Der weiß schon, die andere. Wow. Das ist sicher, wenn man mit seinen Kussmündern, voll süß und so. Mhm. Geht. Ja, das ist einfach nur. Okay, jetzt habe ich nicht mehr die wenigsten Kills. André nimmt nicht. Ich erinnert mich irgendwie an Uta-Power da, als du mal so eine halbe Minute zu still warst, als ich dich gezündet habe. Ich merke jetzt schon, meine Stats werden gnadenlos scheiße, Mann. Hi. Hallo. Wieder da. Sieht man die dann im Let's Play? Was denn? Meine Stats. Ja, natürlich. Ja, klar. Ich lebe sie am besten noch irgendwie hervor, oder so. Ja, natürlich. Aber ich, ich... Mach ein Wochenkreis, komm. Ja, genau. Ab ruhig. Ja. Ja, und das ist jetzt in Übrigen Blames Scheiß, Dad, jetzt rot eingekreuzt. Eingekreuzt, Fall. Eingekreuzt, rot eingekreuzt. Das ist super. Ja, und ich kann mich ja nicht mehr artikulieren. Konntest du das schon mal? Eingekviert in der Völkern. Ey, Marco. Bündel, hab mal los. So, was ist denn das? Herrgott, nochmal. Sorry, irgendjemand, ich hatte gerade nichts, irgendwas. Ich bin gleich wieder da. Oh. Ich verzeihe dir, Theo. Das ist beruhigt nicht. Gott, alle tot. Fast. Was? Was war das jetzt alles? Er hat doch gesagt, was war das? 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 Ey, ich hab solche Lacks. Ich bin doch normal, der sehe ich. Aber ich glaube, ich hab noch keinen Spiel gesetzt. Was war das? Ich werde nichts verreißen. Ah, sie kann auch nicht. Oh mein Gott, was eine Hektik hier. Unglaublich. Da ist er nicht... Ach, das war... Nein. Ich bin wieder da. Du warst weg. Ha, witzig. Und irgendwie er steht über mir und will jetzt ne direkte Kassieren. Nein. Unglaublich. Ja, hier. Oder auch nicht. Nein. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Blame Stats. Rot einkreuzen. Äh, rot einkreuzen. Einkreuzen. Ja, rot einkreuzen. Genau so. Das ist Wahnsinn. Du legst alles, Mann. Juhu. Oh. Wir hatten jetzt Platz geklaut. André. Hi Moritz. Ah, ha, was? Wah. Hehehe. Nein. Das ist einfach nur unmöglich. Hehehe. Ich hoffe, man weiß nicht, was ich tun soll. Nicht die Catch-Lars. Ach, kann weinen. Ja. So ist das. Hey, Chris, oh, take my. Take. Take on me. Take on me. Take on me. Tee, 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 tee. Ach, kann irgendwer Starki mal holen? Nee, aber ich kann nicht holen. Der holen mich nicht allein. Hör zurück. Sag einfach mal. Es ist einfach nur Theos Telefon. Ja. Das wird ein geiles Let's Play, sag ich euch. Ich bin mal gespannt, was die Leute dazu schreiben. Geh ans Telefon. Du sollt' an Telefon gehen. Ich kann nicht ran gehen. Jetzt dann. Ich hasse Telefon hier. Mann. Mann. Ich hasse die Telefon hier. Äh. Doll, was war das denn? Typisch Theo, ne? Man hört ihn nicht, aber sein Telefon. Ja. Weil sein Telefon ist auch nicht im Brunnen gefallen. Naja, ich dir jetzt erstmal zu schrillen, ne Leute, viel Spaß noch, tschau. Ja, tschau, viel Spaß noch, grillen, gehen, Alter. Halt, ha, jetz. Mist. Ja, aber die Schieber. Tippe mal wieder, ich geh als Schlechtes da aus der Runde raus. Nee, Leo gibt mir Hedge, er gibt mir Hedge. Ja, das ist heute schon mein dritter Headshot. Whoa. Whoa. Na ja, sorry. Das hätte ich auch nicht gerechnet. Capri low, auf beiden Rache. Alta, blem, betreibt man nicht mit deinem Scheiß-Lag. Fuck me. Nein. Aber Blood übertreibt auch nicht oder so. Hast du aufgehoben oder? Ich glaub die hat sogar fest. Ja die letzten 3 Sekunden. Also bitte alle Flames Stats bewundern. Ja genau alle mal hier. Doch das war der Feiler Kill. Ja warte ich will dir noch nen Headshot drücken. Blum. Nein Blum. Wunderbar. Blum. Ja genau und das wärs auch schon für den ersten Teil hier unseres Massenlips Plays. Äh hier wo welche Stats soll ich nochmal einkreuzen? 22. Ja wo wo. Die zweiten oben rechts aber das geht ja doch noch. Ja das geht ja noch also wenn man sich mal meine anschaut. Ja ich würd sagen das ist der Part. Ich hoffe euch am Fernseher hat's gefallen oder so. Wir machen schon ein bisschen weiter. Fernseher? Relativ. Naja Fernseher? Na gut äh wie auch immer. Ähm bis zum. Herzlichen Glückwunsch ist ungesund für die Augen. Ja bis zum nächsten Mal. Scheiße. Tschüss. Fuck. Fuck. Jetzt ist.